Wir sind hier, weil ich am Gewinnspiel teilgenommen habe für meinen Sohn Lemanian Ballert und den wollen wir heute überraschen. Du bist nächste Woche das Ergo-Ball-Tragekind beim Pokal-Endspiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Ich bin dort ein Fan. Wir sind ein Team! Thema Nummer eins, DFB-Pokal-Endspiel. Wäre cool, wenn der Mann die Autogramme mitbringt. Für den Fußballer gibt es nichts mehr, als beim DFB-Pokalfinale in Berlin live dabei zu sein und für ihn natürlich dann als Ergo-Ball-Tragekind dabei zu sein. Mehr geht nicht.